jedoch es gibt nun Kölnerl durch die Begleitung und Träulein ich glaube auch mal die Diamantrüstung und Spaß weil ich keine Lust habe um einen Glammern wir nehmen Diamantrüstung in den Eisenristen das war noch zu tun um ja auch mal noch nicht okay Not needed, yeah. Ich mach den Geschenk. Ich geh mies verschangen. Warte auf mich, warte. Doch, komm mal. Hier kommt man ja hier hinten gar nicht mehr raus, Alter. Na und? Soll ich mach? Die sind mir eingesperrt. Weißt du, dann mach mal hier noch ein Ding. Hallo? Da. Nimm doch. Wir gehessen noch mal an. Das haben sie auch abgehackt. Da hab ich jetzt alles von der Liste. Was machen wir als nächstes? Haus weiter ausbauen, das müssen wir. Ja, du musst erstmal Holz sammeln. Das mach ich dann. Ich bin dann der Verhammer. Aua. Das ist ganz wie Clay noch im Wasser. Kannst du mal abbauen, ich hol Fische. Nö, andersrum. Hm. Nö. Okay. Wo ist denn hier Clay? Ah, hier. Ja, im Wasser. Wir haben doch noch voll viel Clay, drei Stacks oder so umgebraten. Ich find keinen mehr. Ach, da. Mach dein Ding da weg. Das ist zu nah bei dir. Du musst so ungefähr. Das ist zu nah bei dir. Du musst so ungefähr. nicht. gleich macht und machen wir erstmal Diamant Axt und Diamant Schaufel. Weil wir es haben. Aber keine Wüstung. Das ist noch nicht... Egal, warte da Und hol meine Sachen nicht Doch Nein Wieso? Was meine sind? Ja, ich hab sie doch schon mal eingesammelt für dich Ich bin doch jetzt da, in drei Sekunden Eins Okay, ich hab sie da hingeschmissen Eineinhalb Zwei Zweieinhalb Drei Jetzt sind sie weg Gib her Sind weggesporen worden Gib her Ja, komm her Ich glaube im Kreis Hm Hm Axt und Schaufel Axt und Schaufel hatte ich noch Aus Eisen Und ne Angel Angel hab ich keine Hatte ich aber Ich hab nur meine Soll Und ne Fisch hatte ich Hm Soll, hier ist keine Angel Aber ich hatte ne Fisch Ja, ist doch egal So Fisch hab ich Und brate ich dann gar nicht für dich gleich mit So Dann geh schon mal ins Haus und tu mal Clay ins Ofen So So, ich hab grad einfach drei Fische direkt zueinander So, reingeworfen und direkt wieder raus Oh, wie wir das suchten, boah Oh, wie wir das suchten, boah Clay's eh Beste Leute, Achtung, das ist ja jetzt Part, äh, 33 oder 32 ungefähr Und, äh, wir nehmen jetzt den zweiten Tag auf Ne, dritten Dritten Tag Das ist übertrieben, Alter Wir brauchen noch Ofen Dann mach ich hier Gut, dass wir so viel haben Und, äh, wir haben nicht angelebt, dass man mit Fischer so bis Nacht wird Tu das Und ich, ähm Toma Gold in Hof haben wir auch noch nicht Doch, 30 Und dann mach ich noch ein Stack Cleanstone Falls wir den mal brauchen Weil wir haben genug Cobblestone und, ja So Da Und dann Fehlt mir Kohle Dann so Und dann passt das Ja, genau Da mach ich mir noch fackeln Da mach ich mir noch fackeln Haben noch keine Sticks mehr Scheiße Einzietz, Dicks, Mann, ich schwör Und was ich jetzt mal mache ist Eins, vier, drei, vier Eins, zwei, vier, vier, fünf Wir haben noch acht Diamanten Wieso? Noch 16, aber ich will zu jedem eine Axt und eine Schaufel machen. Mach einfach eine Axt und eine Schaufel, das passt schon. Ich meine, wir gehen ja nicht gleichzeitig Holzfarmen oder so. Doch. Nein, mach aber einen. Weil ich gehe dann Holzfarmen und du gehst nicht Holzfarmen, weil das langweilig für die Let's Play Watch. Ja, aber nur brauche ich auch langweilig. Also manchmal muss man schon so. Weiß, ne? Ich gucke ja selber das Blut. Ich will jetzt keinen Namen nennen. Kronk. Nur am Bau ist das langweilig. Weil der hat schon immer alle Sachen, das ist auch langweilig. Der geht zu einer Kiste, da sind da so 10 Doppelkisten, Cleanstone drin und so. Also nicht. Doch. Einfach nicht. Doch, guck im letzten Part. Was? Nein. Ich gucke mir den Ort an. Ich habe gestern. Aus Langweil. Bitte. Davor als du irgendwann mal linkgeschickt hast. Mhm. Ich gucke dir. Hä? Ja, als im TS-Wand. Scheiße. Ich gucke dir. Na, jetzt auf einmal. Ja, ja, ja. Okay, hier sind jetzt so... Ich gucke mir doch nicht, Kronk. Kein Alter. Aber wir müssen gleich auch noch einen Bogen machen. Ich muss kaum gucken. Ja, genau. ich habe erst neun Fisch im morgen komm ran du scheiße die Kiste ist sehr unaufgeräumt egal Pumpkin Seeds muss ich in Pflanzierung Mann kann man damit angemangen nix auf dem Kopf sitzen toll ne und der Pumpkin Lampen machen ja vielleicht brauche können wir die gebrauchen für im Haus was ist das Halloween Gruselhaus naja was wenn Halloween Haus oder was ne so für die Farbe oder so n n n Entschuldigung ich würde nicht in den Berndungen n ja ich schwöre n ich stehe hier geht auf den Baum drauf und angekündigt und auch damit nicht irgendwann über ankommen und nicht kaputt macht gut und da war noch nicht viel hart scheiße n 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 Vier 0 No 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 Wo 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 Der Tom Ja Ich hab 55 Pfeile um dort hat um einen Bogen ach egal nein ich hab ich hab ja genug um Strings String ich geh jetzt die xp holen so bei monstern und so wieso spawnt hier keiner fragt mr google bist du auf dem baum? ja why not? ja genau ich hab das gras geangelt nö ich hab dich vergessen angel du kommst nicht mit nun mit wo sind die Gegner? so noch 150 Meter komm die Gegner nur noch 153 Meter doch achte acht war das doch oder? da da ich weiß gar nicht mehr wo sind die Gegner? nur noch 150 Meter wo sind die Gegner? nur noch 150 Meter Wow. Wow. Oh my god. Die Mieters. Where the fuck are the motherfucking Gieters? Where the fuck am I? Where the fuck are these motherfucking enemies? Bitch. Moo. Gonna... Jo. Böö... Böööpro- Mir reicht's jetzt, ich mach ich dieses vor, Rudolf, Uthir, so. Ja schon. Uthir, hauckst du mein Test festgezogen? Ja, warte ich hier. Will ich nicht ganz so haben. Nein! ihn und mann wenn wir jetzt für die jetzt wichtig und vermisse bespielt wird nach mehr im Jahr ich möchte was was einfach schon mann dann ist das ist nicht gut oder auch mal machen so so um vorliegenden rückwirkung ist doch wir haben es jetzt holen in der russ oder 100.000 m hier kommt sowas so jetzt kommt so oder auch noch mal wie du es immer so schön und nicht so und gelungen nur nur noch 100 Prozent wurde man neunsten Ah, ist das ganz geringe? Wo ist die klingel? Ah! Es ist das... ... immer das... ... dass du da was auf! Ist ja nicht so gut, wie immer du. Gott, ich bin noch nicht! durch die Kloster und den Kloster und das das war es auch dann Sugar Canes soo und dann so dass du hast du auf einer Pause gemacht? Nein okay dann äh ja das Katastrophe oder? unsensiert uhuhu es hat mir passiert was bei dir, ich dank hatte ich aber bei dir ist mir das egal das war voll dreist so eine Pause wenn es bei mir nur kann, dann cut ich aber, dann bin ich es mir egal ach hier ist eine andere du ordnest das gar nicht, Alter, ohne Witz das war mein Hagel, Mensch du Pisa du musst auch mal ordnen Pisa ordnen, äh, das ne, oder? soo mhm das so schneeball schneeball kann die ist nein die christi oben da tue ich das das so was dann natürlich da kann oder ein string rein flint rein kakaobohnen